Alter, das geht doch nicht so. Kann doch nicht sein. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, genau. Ich wollte gucken, wo könnte man den Bahnhof am besten herholen oder herbringen. Am besten ja auch hier unten irgendwo im Lager. Ah, zwei Frames. Ah, jetzt geht es. Hier haben wir den Schacht. Hier könnte man ja theoretisch einen zwei breiten Gang hin zwiebeln. Und dann könnte man doch... Ich muss mal ne Axt holen. Ich hab ne Axt. Ich bin unterwegs, juhu. Ah, ich brauch eh ne Axt. Wenn ich nicht die ganze Zeit hier durch die Gegend lecken würde, man. Leg, leg, leg. So. Wir brauchen rote Wolle. Leg, leg, leg. Ich geh mal rote Wolle holen. Haben wir ne rote Farbe? Ne, du kannst ja normal reden. Nein, wir haben keine Farbe. Ich bin ein bisschen zetzling. Total schön. Dann geh ich mir mal rote Farbe holen. Und ich hasse es, wie ne Franzose zu reden. Ähm, so. Zuhause sind schwul. Ja, aber französisches Gepäck ist so geil. Es gibt nichts über französisches Gepäck, aber... Äh, hier muss eh noch ein bisschen Gras rein. Ja, genau. Juhu, rote Wolle. Äh, rote Wolle. Äh, was? Rote Blume, rote Blume, rote Blume. Hier sind doch rote Schafe. Was willst du denn? Mehr rote Schafe. Pink brauchen wir nicht. Okay. Pink. Hellblau brauchen wir nicht. Weiß brauchen wir noch. Ähm. Was bräuchte man denn noch nicht? Komm, die hellgrünen Schafe, die sind überflüssig. So. Alle grünen. Hehehe. Scheiße, meine Schere ist kaputt. Hehehe. 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 Jetzt bin ich dran. Okay, dann... Oder hast du mir die Schere gerade geklaut? Nein. Meine Hände ist auch gleich im Arsch. Hehehe. Ich sollte vielleicht nur noch die roten Schafe scharen. Ach ja, das hatte ich schon eh vorher gehabt. Weil, mir fällt gerade auf. Jetzt, wo ich fertig bin mit Scheren, habe ich alle Schafe geschert. Außer die roten. Hehehe. Hehehe. Das ist natürlich blöd. So. Und nein, ich hab dir die Ege gerade die Schere nicht geklaut. So. Jetzt ist sie ja auch kaputt. Dann komm hier mal her. Du. Ich guck mal gerade, wenn ich hier... Ich wage es. Ich geh ins Hündchengehege und ne, was sieht's in die Hand? Oh mein Gott. Hehehe. Hehehe. Das wollte ich holen. Ich wollte Halt holen. No, es poppt meine geilen Hühner. Pssst. Oh Gott, das ist krank. Jetzt schon wieder drei Stecks Eier. Oh. Alter, wir brauchen mehr Kürbisse für Kürbiskuchen. Stimmt. Wir wollten ja ne Kürbiskuchenfabrikationistische Fabrikation. Äh. Was? Eine Kürbiskuchenmanufaktur. Eine Kürbiskuchenmanufaktur. Nein. Das wäre ja, dass wir jeden Kuchen in Hand machen. Aber, ähm. Ah, stimmt. Hier könnt ihr. Sehr gut, Lukas. Sehr gut. Hier kriegst Gesellschaft. Ah! Hilfe! Hilfe! Ja, aber dann habt ihr euch mit Eiern beschmissen. Hahaha! Scheiße! Haha! Hilfe! Hallo! Kannst du mir mal Koppelzauern runterschmeißen? Hahaha! Die Gesellschaft. Hat sich grad erledigt. Da hast du einen Freund. Äh. Nein! Du gehst jetzt da irgendwie glücklich runter. Wer? Das Wut ist neben das Gröns. Hahaha! Das werden schon mal zwei, drei Stück. Und da hinten ist immer noch eins in der Wand. Nur so. Warte mal. Die Treppe. Ah, man kann ja eh noch ein bisschen in die Richtung reingehen. Was ist das? Hahaha! Keine Ahnung. Ich muss noch Holz holen. Das ist hier irgendwo. Außerdem krieg ich grad bei der Lust wieder, äh. Bei der Musik wieder voll Lust drauf. Da ein bisschen rumzubauen. Guck mal an. Ich weiß, dass du hier bist Hühnchen. Kannst dich nicht verstecken. Du könntest mal die Wolle rausholen. Ja, ich wollt nur, ähm. Ja, du. Nesse. Nesse. So, jetzt muss ich gucken. Die Treppe ist wo? Blüpp. 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 Ich mach erstmal da hinten die. Ach, das hast du schon aufgefüllt. Ah, hier. Blüpp. 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 Wuh, Motorballe. Nein, ich hab meine Regels. Oh, waaah. Ähm, so. Weil das Rote liegt auf dem Feld. Ein alter Bauchanschegel. Oh, man. Ähm. Ähm. Wir wollten noch Markengrad machen. Stimmt? Ich bin dran. Ja. Ähm. Warte mal. Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwas finde. Äh. Äh. Irgendwas, wo ein Werbeslogan draufsteht. Ähm. Ähm. Verdammt. Äh. Äh. Ähm. Weiß ich auch selber gerade nicht was. Äh. Warte mal. Turn on tomorrow. Äh. Ist das hier nur das mit Deo zu tun? Nein. Okay. Dann wüsste ich jetzt auch nicht genau, was es ist. Ein Punkt für mich. Ja. Was? Samsung. Achso, okay. Ah, mich juckt's gerade am Rücken. Äh. Achso. Lücken aber das nicht wissen. Nacht. Dran. Was schaffe ich hier eigentlich? Kann mir das mal jemand sagen? Weiß auch nicht, was ich gerade mache. Ähm. Stimmt. Ich bin irgendwie arbeitslos. Achso. 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 Ich bin halt hinten für ich sehbar, aber das ist irgendwie doof. Alter, hier ist ein Hühnchen. Achso. Nein, ich hast das auch gefunden. Achso. Oh, es war ein Fehler hier runter zu gehen. Achso. Warte, ich baue da ein paar Stufen und dann kommst du wieder hoch. Äh. Äh. Juhu. Achso. Komm ich jetzt hoch? Äh. Ja, das wäre jetzt blöd, wenn du da nicht hochkämmst. Äh. Ähm. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wie hoch ist denn das Ding gelegen? Äh. Das Dingen, ne? Du weißt. Ja, das, äh. Weiß das, ähm. Ist mir auch aufgefallen, dass Besta an Alzheimer ist, äh. Äh. Dings. Äh. Was sagt ein Leberkranker, wenn er in die Disco geht? Äh. Ne, was macht ein Leberkranker in der Disco so? Er schwingt das Tanzbein, lässt die Fetzen fliegen. Ja. Was macht ein Leberkranker auf dem Fußballplatz? Äh. Oh, das habe ich genau schon mal gehört. Ähm. Oh, das habe ich genau schon mal gehört. Ähm. Äh. 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 So, bevor ich das jetzt vergesse. Das. Haben wir beim Bauen von der Nether-Strecke. Stimmt, die Idee ist auch mal gut. Äh. 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 Von mir zuer��achtern. Äh. Äh. höher als unser Niveau liegt die, glaube ich. Ah, scheiße, wir können die nicht drei hoch machen. Doch, können wir schon. Wir können die. Ah. Nein. Doch. Deswegen. So, hm? Bitch, please. So, und jetzt, äh, ich gehe mal kurz zum Bahnhof. Was meiner werden soll. Wobei, es ist Nacht. Ach, egal. Äh, dann kann ich auch mal den, äh, oh mein Gott. Moment, bin ich wieder da. Mhm. 57,6. 57,6. 57, ja, da, die. 57,6. Einmal notiert. So, 57, 6, 2 Wie geplant Ah, stimmt, da ist ja die ganze Decke rot Ach, egal Geht immer noch einen tiefer So Und dann setzen wir noch hier eine Reihe drüber Und dann, jetzt muss ich mal kurz überlegen Da bin ich wieder So, jetzt kann Eric wieder überlegen Was? Ich hab keinen Plan, was ich machen wollte Ach stimmt, du wolltest die Decke machen, genau Das sieht scheiße aus, Junge Du solltest doch da einen ganzen Block höher gehen Selbst wenn du dann die ganzen Gedöns wieder wegmachen musst Den Sand Das ist nicht mein Problem Ich geh mal Bäume pflanzen Ja, genau Lass mich nur durch die Drecksarbeit machen Denkst du ich, dass hier es jetzt besser In der Nachts Bäume pflanzen gehen? Sicher nicht Ach, Bäume pflanzen Das ist ja auch Oh, das Bäume pflanzen Das ist was ganz Übers Oh, da ist Sand überall Ich bin mit die Fackeltechnik Für die tägliche Portion Milch Ey, Spider-Jogie Achso, warte mal Ich hab das Ich hab Samsung gemacht Jetzt bist du dran Äh, ja Das hab ich überlegt Äh Ähm Ich dachte, du hättest hier mal überall die Zäune drauf gesetzt Dem ist aber nicht so Lenk nicht ab Jaja Wir kamen eigentlich auf die Idee mit dem Slogan gerät